Was soll ich denn jetzt beim großen Guru? Der sitzt bestimmt wieder auf das Fenster lang und meditiert. Ich glaube eher, dass er auf dem Herd sitzt. Das ist doch egal! Bin ich jetzt Guru? Du bist jetzt Klein-Guru. Das finde ich aber direkt deprimierend. Wo habe ich denn jetzt meine Brille? Mitten zur Mittagszeit, ich muss doch jetzt den Kaffee trinken. Dann wird doch so kalt. Schöner Regime-Kritisch. Ja, das ist zur Zeit in. Soll das wirklich eine Prüfung sein? Das ist ja wohl eher ein Witz. Mach bitte das, was wir meinen, auch wenn du es komisch findest. Das ist das Schlimmste, Vergehen in dieser Branche. Dann wirst du hier mit Gumul, ähm, Mogul, Doris, Mathilde. Natürlich, du musst das eigentlich. Ein Mensch stört mich hier auf dem ganzen Kontinenten und lässt meine ganzen Sachen durch die Luft fliegen. Das bist natürlich du. Und was willst du hier? Mit mir nicht. So ein Quatsch. Schließlich, du hörst mir das Schluss und ich kann bestimmen, wer da einzieht und ihr bestimmt nicht. Sie gehen jetzt am besten raus und bezahlen ihre Schulden. Na, dann bestellen sie sich doch eine Pizza. Ja, was habt ihr denn da dumm gemacht? Ja, so irgendwas.